Können Sie vielleicht mal kurz erzählen, was Sie eigentlich machen? Also ich nähe Geschichtenkissen. Also ich habe diesen Begriff erfunden und habe auch eine Markeneintragung zum Thema Geschichtenkissen. Ich nähe einfach Kissen aus ganz vielen bunten Stoffresten. Sie haben sich in diesem Jahr beworben, sich bei der Newcomer-Veranstaltung vorzustellen mit Ihrer Geschäftsidee, mit Ihrer Gründung. Ja, für mich ist das alles ganz neu, dass ich jetzt als sogenannte Geschäftsfrau gehandelt werde. Und ich verspreche mir einfach davon, dass ich ein paar Leute kennenlerne, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, wo alles noch ganz neu ist, wo man noch so viel lernen muss und wo man einfach so unheimlich viele Fragen hat, die einem nicht alle aus einer Hand beantwortet werden können, wo ich einfach versuche, das rauszuziehen, was für mich nützlich ist. Also seit ich mich entschlossen habe, aus diesen Geschichtenkissen mehr zu machen als nur diese Spendenkissen für die Kinderkrebsstation, habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil ich überall im Prinzip auch offene Türen treffe. Also weil ich überall Unterstützung bekomme und weil sich mir die Leute unheimlich öffnen und ich bekomme auch Lebensgeschichten zu hören, wo ich denke, ja, es ist einfach eine Freude, wenn die Leute jemanden haben, der zuhört und der dann auch dieses Zuhören auch umsetzt. Und es ist ein Grenzbereich. Es ist einerseits schon eine künstlerische Tätigkeit, aber andererseits ist es auch handwerklich einwandfrei gemacht, also es ist auch waschbar und es ist nicht so mal eben schnell. Und das merken die Leute, dass da was drinsteckt. Und das ist ja quasi eine soziale Funktion, wenn Sie das so erzählen, dass Sie Lebensgeschichten quasi in Christen festhalten. Ja, das war mir vorher auch nicht so klar, dass diese soziale Funktion nicht zu unterschätzen ist, wobei es für mich manchmal auch schon belastend wird. Also wenn ich dann Krankheitsgeschichten höre oder Geschichten von irgendwelchen Lebenswegen, wo ich denke, ja, das musst du dann wieder abhaken, das ist dann wieder vorbei. Aber das ist ja offensichtlich dann auch ein Problem unserer heutigen Zeit, unserer Gesellschaft, dass die Leute wenig Gelegenheiten haben, ihr innerstes Mal nach außen zu kehren und auch über ihr Leben nachzudenken. Und wenn sie das sozusagen ganz nebenbei, neben dem Nähen noch schaffen, dann ist das natürlich eine super Leistung. Und ich versuche halt in einer Art von modernem Abseitling, dass ich diese Stoffreste, die in Nähereien und Schneidereien anfallen, aufkaufe, zum Teil auch gespendet bekomme und versuche daraus was Neues. Ich habe einen Grundstoff genommen, einen weißen Grundstoff und ordne diese Schnippschen oder diese Reste da zu bildern. Sind Sie von Hause aus Schneiderin oder wie sind Sie dazu gekommen, so viel zu nähen? Ich bin überhaupt keine Schneiderin, ich bin einfach Hausfrau und Mutter von vier Kindern und habe dieses Selbermachen schon immer gerne gemacht und sehe es einfach auch als eine Notwendigkeit an, mit seinen Händen was zu schaffen. Sie sitzen ja ziemlich auf dem Dorf, kann man ja so sagen, ne? Ist das so ein bisschen Einsamkeit oder wozu brauchen Sie die Kontakte nach draußen? Na ja, eigentlich brauche ich die Kontakte nur, um Erfahrungen zu sammeln und um mich zu orientieren, was ich alles noch dazu lernen muss. Also ich fühle mich hier nicht einsam auf dem Dorf, für mich ist es ein Vorteil, dass ich nicht so viel Laufkundschaft hier habe oder Kontakte habe, dass ich jetzt ständig jemand vor der Tür stehen habe, aber es sind viele Fragen, die offen bleiben und die man manchmal allein nur durch Internet nicht recherchiert kriegt. Und das Stoffe sammeln ist schlimmer als Bücher sammeln, sage ich nur als Warnung. Inwiefern? Ja, es macht süchtig. Also man findet immer wieder noch eine Farbe und noch ein Motiv und noch ein, wo man denkt, das möchte man gern verarbeiten. Es ist alles. Also es gibt heutzutage, wenn man das Internet hoch und runter sucht, es gibt eigentlich jedes Motiv in Stoff, sei das ein Trecker oder sei das eine Katze oder Spielkarten oder was es neulich nicht gab in Stoff, das war die Demina Kirche Bartholomé. Die habe ich dann wirklich sticken lassen, um die als Motiv auf Stoff zu haben. Wie viele Kissen haben Sie in der Form schon gefertigt, ungefähr? Also ich mache das seit 2013 und habe sehr viele Kissen schon für die Kinderkrebsstation in Greifswald als Spendenkissen genäht. Habe auch sehr viele Kissen so schon weiter verschenkt und ich bin jetzt so ungefähr bei knapp 400. Das ist ganz schön viel. Also 400 Geschichten stecken da ja auch drin, vermute ich mal. Sie verkaufen also Ihre Produkte übers Internet? Ja, ich habe einen eigenen Online-Shop und arbeite aber hauptsächlich auf konkrete Bestellungen. Also ich zeige die Entwürfe dann per Mail und zeige den Leuten, ob ihnen das gefällt und dann stimmen wir das auch. Und wenn ich jetzt zu einer Unternehmensberatung gehe oder auch diesen Existenzgründer-Crestros, den ich gemacht habe, da habe ich nicht mal Visitenkarten und Flyer von mir mitgenommen, weil mir das gar nicht klar war, dass man ja sofort für sich Werbung machen muss. Also ich war ein paar, so war ich bei einer Unternehmerschulung, war von der Sparkasse organisiert. Und da habe ich mich dann gemeldet und habe mich geoutet. Ich sage, ich stehe bei Google an Position 1. Ich sage, was kann ich denn machen, dass das so bleibt? Und da sagte der, ja klar, mit Ihrem Namen. Ich sage, nee, nicht mit meinem Namen, sondern mit meinem Online-Shop. Und da ging so ein Raunen durch den Raum und da habe ich das gar nicht gewusst, dass es ja für viele Leute unheimlich teuer ist und aufwendig ist, diese Suchmaschinenoptimierung. Und dass ich einfach insofern Glück hatte, dass mein Name Geschichtenkissen verbindet zwei bekannte Begriffe. Und durch dieses Video vom NDR findet Google das auch gut. Und wenn jemand eingibt Geschichtenkissen, steht oben als erstes www.geschichtenkissen.de. Vielen Dank.